Hallo, Papa. Wie geht's? Gut, danke. Ich hab irgendwie ein komisches Gefühl. Ich wünsche uns allen einen wunderbaren Abend. Go! Bist du bereit? Gäste, kommen wir. Happy birthday to you. Ich möchte einen Toast ausprobieren. Christian, was du da gesagt hast, das ist kriminell. Ach so. Dann tut's mir leid. Muss ich mich wohl falsch herinnern? Christian, bist du verrückt? Hörst du mich? Bist du verrückt? Darf ich bitte noch zuerst? Was? Du lachtest dir alles so hoch? Wie geht's aus? Zu wichtlichen Leben inzwischen. Fantasie und Wirklichkeit unterscheiden zu können. Weißt du? Es passiert im Krieg. Auf, 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 auf! Du hast die ganze Familie hier kaputt gemacht! Auf, auf, auf! Wo ist das passiert? Was willst du eigentlich, mein Junge? Is konnten? Oh! autopsyEvinnen? So. Das passiert ist wieder zusammen. So. Ich vermage dich.